Guten Tag liebe Tierfreunde, herzlich willkommen bei Tierfreund TV. Heute stellen wir Ihnen nicht ein einzelnes Tier, sondern eine ganze Schar Katzenkinder vor, die derzeit im Eifertierheim in Eitrich untergebracht ist. In den vergangenen Wochen wurden hier immer wieder Katzenbabys abgegeben. Viele von ihnen wurden ausgesetzt. Die kleinen Tiere sind zwischen ein paar Wochen und etwa sechs Monaten alt. Einige von ihnen sind äußerst lebhaft und toben durch den Raum. Andere lassen es eher ruhig angehen und betrachten die Videoaufnahmen von einem ruhigen Platz aus. Die Neuankommlinge müssen in der ersten Zeit noch in einer Box von den anderen getrennt untergebracht werden. Erst wenn der Tierarzt festgestellt hat, dass sie ganz gesund sind, dürfen sie zu den anderen und mit ihnen durch das ganze Zimmer toben. Für Tierheimleiter Rainer Korde ist es wichtig, dass die neuen Besitzer der kleinen Katzen diese auf jeden Fall kastrieren lassen. Außerdem möchte er Wohnungskatzen möglichst nur zu zweit abgeben. Wenn Sie, liebe Zuschauer, eines der kleinen Kätzchen bei sich aufnehmen möchten, melden Sie sich bitte im Eifeltierheim in Eitrich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche zu einer neuen Folge von Tierfreund TV.